Die anderthalb Tage waren super spannend, viele tolle Impulse, was das Thema Nachhaltigkeit und Transformation angeht. Der Beginn oder der erste Vortrag von Claudia Kleinert hat ganz klar aufgezeigt, dass es keinen Weg um das Thema Nachhaltigkeit herum gibt. Und ich glaube, was die Konferenz auch aufgezeigt hat, dass es viele Fragen gibt, aber auch Lösungsansätze. Und wir als Branche, die eben fast 40 Prozent des CO2-Ausstoßes verursachen, müssen uns einen Beitrag dazu leisten. Vielen Dank.